Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's Tim von GetCoaching und vielen, vielen Dank, dass du jetzt wieder mal eingeschaltet hast. Heutiges Thema in dem Video ist, gibt es die perfekte Ernährung oder was ist die perfekte Ernährung? Achso, nicht wundern, ich habe mir beim Boxen leider den Daumenknochen hier verstaucht, ein bisschen ätzend, zu dumm zum Hauen, aber gut, auch das geht wieder vorbei. Darum geht's heute aber nicht. Genau, gibt es die perfekte Ernährung? Wenn ja, was ist die perfekte Ernährung? Zuerst mal ist es schwierig, eine perfekte Ernährung zu definieren, weil es gibt diverse Formen. Wir haben die vegane Ernährung, wir haben die vegetarische Ernährung, Paleo, Nurokost und so weiter und so fort. Wie gesagt, nur natürliche, kein Fleisch, Pesketaria, das heißt auch Fisch und keine Eier oder keine Milchprodukte, nur Sachen, die auf dem Boden lachen und was weiß ich alles. Da gibt es ja mittlerweile die diversen Ernährungsformen, Low Carb, Low Fat, High Fat, High Protein, High Carb, Ketogen und so weiter und so fort. Gut, aber was definiert eine richtige Ernährung? Also eine richtige Ernährung muss ja zunächst auf die Person angepasst sein. Wir können nicht alles über einen Kamm stellen, weil wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Magerquark ist eine super Proteinquelle, was Magerquark auf jeden Fall ist, aber jemand mit Laktoseintoleranz, der keinen Magerquark ab kann, für den kann ich dann nicht sagen, ja, aber Magerquark zählt für mich zu der perfekten Ernährung, deswegen solltest du ihn essen, dann wird der mir wahrscheinlich ein Vogelzeichen. Ja, ich weiß, es gibt mittlerweile Tabletten gegen Laktose und so weiter und so fort oder Laktosefrei-Magerquark, aber ich will es jetzt nur an einem Beispiel veranschaulichen. Es gibt ja noch diverse andere Allergien, zum Beispiel sind Nüsse ein super gesundes Lebensmittel, eine super Fettquelle, gute Eiweißquelle, reich an wichtigen Minervarien, aber wenn du eine Nussallergie hast, dann bringt dir das auch nicht viel. Also kann ich ja jetzt nicht sagen, ja, aber Nüsse gehören für mich zu der perfekten Ernährung dazu. Ist also schwierig. Dazu muss man dann natürlich noch unterscheiden, ob jemand sehr aktiv ist, das heißt sportlich sich sehr viel betätigt, wie sein Beruf ist, und wie sein Alltag aussieht und wie gesagt Allergien, Krankheiten und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen generell schon mal jede Ernährungsform anpassen auf gewisse Personen. Zum Beispiel für Leute, die extrem leistungsaktiv sind oder im Leistungssport vielleicht sogar tätig sind, denen würde ich zum Beispiel keine durchgehende Low-Car-Ernährung empfehlen, einfach weil Kohlenhydrate die schnellst verfügbare Energie ist und es daher auch Sinn machte, die in seine Ernährung als Sportler einzubauen. Das heißt, zunächst müssen wir gucken, wie sieht das Profil der jeweiligen Person aus und darauf muss man dann schon mal jede Ernährungsform anpassen. Ich sage generell mal so, es gibt ein paar Punkte, die eigentlich auf jeden zutreffen und die ich deshalb zur perfekten Ernährung immer dazu empfehle. Auch in meinen Ernährungsplänen oder in meinem Ernährungsratgeber ist das nochmal detaillierter aufgeschrieben. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir gerne Mail. Das sind einfach ein paar Punkte, die für jeden gelten. Das heißt, wir haben zum einen als Sportler genug Proteine. Proteine sind praktisch die Baustoffe für die Muskulatur und auch generell als Nicht-Sportler dafür da, um die Muskeln zu erhalten und auch andere Sachen zu bilden. Das heißt, es sind wichtige Baustelle. Proteine sind essentiell. Das heißt, sie müssen von außen zugeführt werden und der Körper kann sie nicht vollenden, also nicht komplett selber herstellen. Das heißt, sie sind essentiell, wie wir eben schon gesagt und wir müssen sie durch irgendeine Quelle von außen hinzuführen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt und gerade als Sportler haben wir einen erhöhten Bedarf. Aber bleiben wir mal bei der Grundlage. Wichtige Proteinquellen einbauen. Da haben wir natürlich jetzt ein breites Spektrum. Das heißt, wir können das über Milchprodukte machen, wir können es über tierische Produkte machen oder zum Beispiel auch über Hülsenfrüchte und so weiter und so fort. Dazu ist zu sagen, dass das einhergeht mit dem nächsten Punkt, den ich sage, den jeder in seine Ernährung einbauen sollte. Und für die perfekte Ernährung zählt er für mich essentiell dazu. Und zwar der Punkt, sich so natürlich wie möglich zu ernähren bezüglich der Zutatenliste. Das heißt, esst keine verarbeiteten Lebensmittel. Wenn wir jetzt eine Pizza nehmen, dann ist da ja nicht nur der Weizenteig drin. Wir haben ja auch diverse andere Sachen. Das heißt, Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Punkt, 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 Punkt. Ihr solltet Lebensmittel konsumieren, wo auf der Zutatenliste eine oder zwei Zutaten stehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Müsli nehmt und da steht Haferflocken, Rosinen, Nüsse, ist das natürlich auch okay. Da steht zwar mehr als eine Zutat, aber sie sind alle natürlicher Herkunft. Da sollte aber nicht draufstehen Zucker, weil der wurde verarbeitet und irgendwo raus extrahlt. Oder wie gesagt Konservierungsstöcke, Glucosesirup oder so ein ganzer Quatsch. Wenn nur natürlich. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Da zählt dann alles an Gemüse, an Obst und da kann sich dann natürlich jeder das rauspicken, was er verträgt, was er gerne mag. Zum Beispiel Haferflocken, da sind Haferflocken drin. Fertig. Das heißt, versucht euch so natürlich, wie es möglich ist, zu ernähren. Aber denkt jetzt nicht, weil ich bin zum Beispiel Vegetarier, ich kenne Fleisch, zu sagen, ja, es ist aber natürlich auch Fleisch zu essen. Nur weil etwas natürlich ist, heißt das nicht per se, dass es gesund ist oder dass es gut ist. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich esse Fleisch, weil das liegt in der Natur des Menschen, dann musst du aber auch dazu ziehen, es liegt auch in der Natur des Menschen zu jagen. Es liegt auch in der Natur des Menschen, jemand anderen, sag ich mal, tot zu hauen und seine Frau zu nehmen und in die nächste Hülle zu schleppen. Und seine Geschäfte nur noch draußen zu erledigen und über die Wiesen zu streichen und was weiß ich und das Tier selber zu schlachten, das liegt auch in der Natur des Menschen. Machst du das? Ich denke eher weniger. Und deshalb, denkt nicht gleich, nur weil es natürlich ist, dass es gut ist. Ihr werft euch noch nicht mit Steinen tot. Und das ist dann halt ein Fehler zu sagen, ich esse Fleisch, weil es natürlich ist. Das ist Quatsch. Das heutige Fleisch ist leider nicht mehr so nährreich, wie es mal früher war, wie es der Mensch früher noch konsumiert hat und ein viel wichtigerer Aspekt für mich, wir brauchen es heutzutage nicht mehr. Früher brauchte der Mensch das zum Überleben als Eiweißquelle, da hatte er keinen Magerquark, da hatte er keinen Käse oder irgendwelche roten Linsen und deshalb war er darauf angewiesen. Heutzutage sind wir darauf nicht mehr angewiesen und wir brauchen es nicht mehr. Also verabschiedet euch bitte von dem Gedanken und wie gesagt, das heutzutage Fleisch ist leider auch nicht mehr wirklich gesund. Das ist aber ein anderes Thema, darauf möchte ich mich jetzt heute nicht beziehen. Das heißt, wir haben den Punkt möglichst natürlich essen, möglichst eine Zutatenliste, die sehr, sehr, sehr kurz ist und nur unverarbeitete Lebensmittel enthält. Der nächste Punkt, wichtige Fette. Fette sind neben Proteinen der andere Makronährstoff, der essentiell ist. Was bedeutet, auch er muss von außen zugeführt werden, ist wichtig für Hormonproduktion, für diverse Stoffwechselvorgänge, für Blut und so weiter und so fort. Dazu habe ich glaube ich auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr ja mal abchecken auf dem Kanal. Heißt, sucht euch gute Fettquellen. Nüsse, Eier, Chiasamen, Leinsamen, fertiger Fisch werden so Punkte, die Fettquellen werden und davon sucht ihr euch welche aus, die ihr einbaut, weil die sind auch sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt ist wichtig, Ballaststoffe. Esst genug Ballaststoffe für die Verdauung. Ich sage immer so 30 Gramm am Tag, dass ihr da ungefähr drauf kommt. Ihr könnt ja mal eine Zeit lang ein bisschen euer Essen tracken. Die meisten Tracker haben auch eine Ballaststoffangabe, dass ihr das auch mit einbaut. Ganz, ganz wichtig. Genügend Ballaststoffe essen. Der nächste Punkt ist natürlich Vitamine, Mineralien. Auch Vitamine und Mineralien sind enorm wichtig und essentiell für den Körper. Das heißt, sie müssen von außen zugeführt werden. Deswegen genug Obst und Gemüse. Und all diese Punkte, sage ich mal, sind bei einer unverarbeiteten Ernährung, wo ihr schon nur unverarbeitete Lebensmittel esst und euch von natürlichen Lebensmitteln ernährt, fast schon inbegriffen. Also Ballaststoffe durch das ganze Gemüse, durch die ganzen Samen, durch die ganzen Vollkorngetreideprodukte, da habt ihr dann schon genug Ballaststoff. Und genauso habt ihr dann komplexe Kohlenhydrate und wenn ihr Avocado, fettigen Fisch und Eier zum Beispiel esst, die alle unverarbeitet sind, habt ihr auch schon genug gesunde Fette. Also ihr deckt automatisch damit an und schränkt euch automatisch ein, dass ihr nicht mehr so viel Mist essen könnt. Ja, das sind so grob die Punkte, die für mich zu einer gesunden Ernährung zählen, die ich mit einbaue und auf die ich Rücksicht nehmen würde. Genug Protein, genug wichtige Fette, genug Ballaststoffe, genug Vitamine und Mineralien, ernährt euch aus Vollkornprodukten, ernährt euch natürlich aus unverarbeiteten Produkten und ja, und dazu natürlich ganz wichtig genug trinken. Ja, trinkt genug Wasser, wirklich direkt nach dem Aufstehen, am besten schon einen halben Liter, benutzt Kräuter, Gewürze, ja, auch sowas wichtig, auch die haben wichtige Pflanzen, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter und so fort. Und das wäre dann zu grob auch erstmal das, was ich sage, was eine gesunde Ernährung ausmacht und natürlich muss man das dann alles so ein bisschen gucken, dass es für dich individuell passt. Aber das sind ein paar Aspekte, die ich auf jeden Fall mit berücksichtigen würde. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen bei genaueren Fragen. Schreibt mir gerne eine Nachricht, Interesse an Trainingsernährungsplan, ihr wisst es, schreibt mir eine Nachricht, Interesse am Personal Training im Bereich Boxen oder Fitness, wenn du Boxen lernen möchtest, wenn du sportlicher, fitter, gesünder oder vitaler sein möchtest von zu Hause. Aus oder draußen oder vom Gym aus, dann kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Lass mir ein Like da, darüber würde ich mich freuen oder ein Abo und checkt auch gerne mein Instagram aus, da habe ich auch noch diverse Rezepte, Trainingseindrücke und so weiter und so fort. Wir sehen uns im nächsten Video, vielen Dank fürs Einschalten, haut rein!